Mit dem gleichen Ergebnis aus dem Grand Prix gekommen wie Robert Dover aus den USA, also den acht besten Ergebnissen, ist gesund. Wenn ich so ein bisschen an die Leistungen der Vergangenheit denke, dann dürfte hier ein neues bester Ergebnis vielleicht sogar im Bereich von etwa 4,75 Punkten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf gebobener Linie geritten die fliegenden Wechsel, auf einer erhöhten Schwierigkeitsgrade im Vergleich zu fliegenden Wechseln auf genauer Linie geritten. Bisher eine schöne Interpretation der klassischen Musik, gute Raubaufteilung, ein zufrieden wirkendes, ausgeglichenes Pferd, ohne Schwächen bisher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020